Ja, hi, servus an die Bar-Community heute Abend bei den Swiss Bar Awards. Wir befinden uns im Wiederhotel, im Herzen von Zürich, im Herzen von der Altstadt und jetzt gehen wir mal in die Bar. Für alle, die mein hübsches Gesicht und meine dicke Nase noch ich können, ich bin der Wolle. Hören wir den Michel drauf? Vorhin, ja. Super. Ja, was zeichnet uns als Hotelbar aus? Uns gibt es ein 1995 und es ist einfach eine der schönsten Bars auf dem Planeten. Wir haben dunkles Holz, rotes Leder, der Lapislazius-Stein im Blau. Wir haben jeden Abend Live-Piano, es gibt die Library of Spirits, die wir haben. Oh, hallo guys! Welcome to Widerbar! Thank you very much for the nomination as best Hotelbar and best Bar-Team in Switzerland. Thank you very much, we are so pleased about that. It's not best Bar-Team, it's best Hotelbar, just best Hotelbar. Okay. Sorry. Ja, wo sind wir stehen blieben? Was zeichnet uns aus? Ja. Und natürlich die internationalen Gäste, die wir haben, das macht es natürlich sehr spannend und spaßig mit denen. Wieso wir den Award gewinnen sollen? Best Bar-Team, I told you. Okay. Na, ehrlich gesagt haben es alle verdient und wir warten jetzt auf die Entscheidung. Und Sie haben die